Da ist spannend, Alter. Let's f***ing go. Walla, Film heute. Willst du jemand einchecken? Wir müssen halt auf der Mainstage spielen. Warum? Was spielst du da? Musik. Was denn? Apache. Apache. Leck mich ab. Hey MTV, welcome to MTV Crips. Sodele. Hinein, Jens, Tipi. Ein Bett, zwei Bett, drei Bett, vier Bett. Dankeschön, 40 Jahre die Flipper. Jawoll, Alter. So lässt dich doch leben, oder? Ja. Anruf. Oh, wo? 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 Halleluja. 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 Das soll schmecken, ne? Danke. Du bleibst dir jetzt. Was, mein Lieber? Das ist gut. Sodele. Auf geht's. Einfach Mecklenmeuer hier. Oder meiner noch Run DMC. Schreibt's doch in die Kommentare. Und ich soll mit Höhenangst. Na, aber was hört ihr? Was höre ich da? Das Knister vielleicht? Von wem? Der Leguan-Minister. Bist du wahnsinnig? Ich hab doch Höhenangst. Hol mich hier runter. Nach der Riesenraffahrt sind wir jetzt hier in der VIP-Area. Uhuhuhu. Zwei kommt nach Elfstatt. Quats! Paul Aubram aus Berlin gewettet. Apatje bleibt fleisch. Apatje war gut, ja? Da ist man Tag 2. Ich sagte Nein. Ich sagte Nein zu YouTube. Haben vielleicht mehr Aufrufe, ne? Die sind vielleicht gerade mehr im Heim. Fernes. Ja! Nein! Ah! So, auf einmal wird jetzt hier geskatet. Tony Hawk aka Emil Larsen. Wir freuen uns voll auf Sido, oder? Wir sind der Besten. Die Emma, die ist auf jeden Fall da. Die ist immer da. Nein. Nimmt einfach meinen Kopf und küsst mich. Du bist der König, mein Bester. Auf zum Meet & Greet. Sie wollen nur uns treffen. Danke. 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 Bist du getrunken? Schmeckt schon wieder, wa? Ja, schmeckt. Jawohl, Lalla. Sie wie Rinn der Allerechte. Bei dem ist doch jetzt mal die letzte Panikattacke im Horsspin. Schau, Schau, die kriegt dein Weg. Discoente, Discoente. So, Stade. Sonntag 13 Uhr, 25. Nick und ich sind auf dem Weg zurück nach Berlin vom Deutschmann. Es war wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank an die, die uns das möglich gemacht haben. An Nils, an Emil, an Carlotta, die mit bei war, Sofia, die mit bei war. Nick natürlich auch, der Allerbeste. Und alle, die sich da vor Ort um uns gekümmert haben. Es war mega, wirklich. Uns wurde, glaube ich, noch nie so der Arsch gepampert. Der Jacuzzi war auf jeden Fall das Highlight, was es anging. Die Eggs waren nice. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gefilmt, weil nur Eggs ist auch ein bisschen lame. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Teilt das Ganze und folgt natürlich. Ich muss noch sagen, wir wollen erwachsen, wir wollen erwachsen. Und ja, trinkt ganz viel Wasser. Vergesst das nicht. Nimmt Vitamine. Und ja, sagt den Leuten, die ihr liebt habt, dass ihr sie liebt habt. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal.